So sieht der perfekte Start in den Tag aus. Neu, Vitalis Siebenkornmüsli. Das erste Müsli mit sieben Sorten Vollkorngetreide. Ausgewogen kombiniert mit Früchten und Beeren. Oder Nüssen und Kernen. Oder Früchten und Nüssen. Damit man den Morgen einfach genießen kann. Das neue Vitalis Siebenkornmüsli. Vitalis, der perfekte Start in den Tag.